Ersteinrichtung – am Beispiel der Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Nur wenige Schritte sind nötig, um deine Galaxy Watch 5 in Betrieb zu nehmen. Das erfolgt auf einem kompatiblen Smartphone über die Galaxy Wearable App. Schalte die Galaxy Watch 5 ein, starte die App und erteile der App gegebenenfalls die notwendigen Berechtigungen. Wähle dann die Galaxy Watch 5 aus und bestätige die Kopplung. Erteile nun die notwendige Berechtigung und warte den Download des Galaxy Watch 5 Managers ab. Stimme dann dem Datenschutz und der Lizenzvereinbarung durch Antippen von Fortsetzen zu. Lass auch den Zugriff auf Inhalte zu. Den Nutzungsbedingungen und dem Datenschutz von Google musst du zustimmen. Du kannst jedoch auswählen, ob Google Diagnosedaten sowie deine Standortdaten erhalten und auswerten darf. Anschließend wird die Galaxy Watch 5 eingerichtet, wobei du das Google Konto von deinem Smartphone übernehmen und durch Eingabe des Passwortes bestätigen kannst. Auf Wunsch kannst du deine Daten auf der Galaxy Watch 5 automatisch in der Samsung Cloud sichern lassen. Die Einrichtung wird nun abgeschlossen und du kannst dir parallel dazu bereits einige Tipps ansehen. Die Galaxy Watch 5 ist jetzt bereit. Nimm dort an einer kurzen Einleitung zur Bedienung teil. Schau dir auch unsere anderen Hilfe-Videos zum Thema Wearables an.